Ja, also vor allem die Platzverhältnisse haben nicht zugelassen, dass man da was spielen konnte. Und also wir haben ja durch einen Freischuss und einen Fehlenschuss und zwei Tore gefunden. Und war ein bisschen glücklich, der Tor ist ein bisschen ausgerutscht. Und Tefter hatte ein bisschen mehr Ballbesitz als wir, aber auch nicht wirklich zwingend. Es war alles meiner Meinung nach ein bisschen Zufall drin, lange Bälle, Kopf verlängert. Und spiellich war heute nicht viel drin bei uns. Ich habe auch vor dem Spiel mit dem Schiedsrichter gesprochen, ob man das Spiel eventuell nicht anpfeifen würde. Aber er war der Meinung, da ist keine Verletzungsgefahr auf dem Platz und man kann das Spiel so spielen. Ja, also Anfang der Saison war das nicht unser Ziel, also den Aufstieg mitzuspielen. Wir haben klar gesagt, wir wollen versuchen, soweit es geht, nach oben zu kommen. Aber so wie wir jetzt im Moment da oben stehen, ist das ein bisschen unerwartet für uns. Wochenende Jahre 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 Untertitelung des ZDF, 2020